Vers 16 Durch Wissen, Tu, Aber, Tat, Diese, Unwissenheit, Yesham, Wessen, Nashitam, Wird zerstört, Atmana, Des Lebewesens, Tesham, Ihr, Adityavad, Wie die aufgehende Sonne, Janam, Wissen, Prakashyati, Enthüllt, Tatparam, Krishna Bewusstsein. Wenn aber jemand mit dem Wissen erleuchtet ist, durch das Unwissenheit zerstört wird, dann enthüllt sein Wissen alles, ebenso wie die Sonne am Tag alles erleuchtet. Erläuterung Diejenigen, die Krishna vergessen haben, müssen zweifellos verwirrt sein. Aber diejenigen, die sich im Krishna Bewusstsein befinden, sind nicht im geringsten verwirrt. In der Bhagavad-Gita heißt es Sarvam jana plave na, jana gni sarva karmani und nahi jana sadrisham. Wissen wird also immer als sehr wertvoll erachtet. Und was ist mit diesem Wissen gemeint? Vollkommenes Wissen, wie im siebten Kapitel Vers 19 erklärt wird, erlangt man, wenn man sich Krishna ergibt. Bahunam jamanam ante jana vam mam prapadyate Wenn man sich nach vielen, vielen Geburten in vollkommenem Wissen Krishna ergibt, das heißt, wenn man Krishna Bewusstsein erreicht, dann wird einem alles enthüllt. Ebenso wie die Sonne am Tage alles enthüllt. Das Lebewesen ist in so vieler Hinsicht verwirrt. Wenn es zum Beispiel in seiner Verwegenheit glaubt, selbst Gott zu sein, geht es in Wirklichkeit in die letzte Falle der Unwissenheit. Wenn ein Lebewesen Gott ist, wie kann es dann von Unwissenheit verwirrt werden? Kann Gott von Unwissenheit verwirrt werden? Wäre dies der Fall, dann wäre Unwissenheit oder Satan größer als Gott. Wirkliches Wissen kann man von jemandem empfangen, der über vollkommenes Krishna Bewusstsein verfügt. Deshalb muss man einen solchen, echten spirituellen Meister finden und unter seiner Anleitung lernen, was Krishna Bewusstsein ist. Denn Krishna Bewusstsein wird zweifellos alle Unwissenheit vertreiben, ebenso wie die Sonne die Dunkelheit vertreibt. Selbst wenn ein Mensch völlig erkannt hat, dass er nicht der Körper ist, sondern in transzendentaler Stellung zum Körper steht, bedeutet dies nicht, dass er imstande ist, zwischen der Seele und der Überseele zu unterscheiden. Er kann jedoch alles richtig erkennen, wenn er sich darum bemüht, bei einem vollkommenen, echten, Krishna-bewussten spirituellen Meister Zuflucht zu suchen. Man kann Gott und seine Beziehung zu ihm nur dann verstehen, wenn man tatsächlich einen echten Stellvertreter Gottes trifft. Weil ein Stellvertreter Gottes Wissen über Gott besitzt, wird ihm die gleiche Ehre erwiesen, die man gewöhnlich Gott erweist. Aber ein Stellvertreter Gottes behauptet niemals, selbst Gott zu sein. Man muss also lernen, worin der Unterschied zwischen Gott und dem Lebewesen besteht. Sri Krishna sagte daher im zweiten Kapitel 2.12, dass jedes Lebewesen ein Individuum ist und dass der Herr ebenfalls ein Individuum ist. Sie alle waren Individuen in der Vergangenheit, sie sind Individuen in der Gegenwart und sie werden auch in der Zukunft, selbst nach der Befreiung, weiterhin Individuen bleiben. In der Dunkelheit der Nacht scheint alles eins zu sein. Doch am Tage, im Licht der Sonne, sehen wir die Dinge in ihrer wahren Identität. Identität mit Individualität im spirituellen Leben ist wahres Wissen.